Als Winterthurer Gastronom sehe ich Tag für Tag, wie Vorschriften, Abgaben und Gebühren den Läden das Leben schwer machen. Das führt dazu, dass immer mehr Läden schliessen und grosse Handelsketten Einzug halten. Als Kantonsrat möchte ich mich für gewerbeverträgliche Lösungen einsetzen und für mehr Lebensqualität in den Quartieren und insbesondere für eine vielfältige Gastronomie einstehen. Als Berufsbildner und Lehrer sehe ich, wie wichtig eine fundierte Ausbildung für unseren Wirtschaftsstandort ist. Leider haben in den letzten Jahren Reformen in der Bildung das Futter überladen. Wir müssen dringend zurück auf Feld 1. Es braucht einen praxistauglichen Lehrplan für Volks- und Berufsschulen, damit sich Eltern, Kinder und Lehrpersonen wieder auf die Entwicklung und die Ausbildung fokussieren können. Die Förderung von Wirtschaft und Bildung sind meine Anliegen für die Zukunft.